dann mach mir hier kompress mir das mal jetzt haben wir eine Singularität Kompressor und ich glaube das wird richtig heftig geil sein so und jetzt wollten wir uns am besten in Verzauberung der Verzauberung widmen denn wir haben 24 Level ok haben wir kein Papier mehr ok Zuckerrohr noch mehr Paper noch mehr Paper noch mehr Paper alles klar ach ist wieder Nacht witzend so scheiße so die im Eier legen ist echt krass macht Liebe macht Liebe hierbei macht auch Liebe die ganzen alten Säcke und dann mach ich mal tot 8 Stück haben wir nur rauskriegt das ist echt scheiße muss ich ganz ehrlich sagen weil 8 kriegst ja gar nicht fertig hier 8 Bücher was euch mal mit 2 Bücher in der das ist unglaublich das habe ich mal ein schöner und dann schön tier getötet ähm was kann man jetzt hier verzaubern 6 0 8 0 10 10 ok bis 10 das ist was im Kacke ich glaube ich fliege mal zu meinen Freunden dahinten und guck was sie für ein Angebot haben den das hier ist mir eigentlich zu wenig zack wird es schon wieder Nacht nehmen und die fliege und fliege und fliege und fliege hier durch es ist aber gut dass die Crowe nicht in diesem Riff an Bord weil dadurch verlieren wir ja viele Rohstoffe und das ist echt genial wo sind die alle wo sind die alle wo sind die wo sind die wo sind die die hat hier runter gefallen ich hoffe nicht ne ein ein Apfel Dankeschön ist hier was ja eigentlich wenn man so eine Bildschrift findet sollte man die einschließen ich glaube die anderen sind alle getobt die anderen haben ja so weeeey ich bin da runtergelaufen oder so ich werde jetzt wohl was verbotenes machen müssen ähm denn ich will ja nicht dass ich drei Bildscher mache ähm ich werde mal kurz in den Cheatmod gehen und fünf Villager spawnen weil die sind ja eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun Häuser drei haben wir drei haben wir haben wir fünf haben wir acht ähm das wäre glaube ich nur fair so hier können sie schon mal nicht mehr runterfallen hier kann man nichts mehr gegen machen egal also Leute tut mir leid aber ähm wenn die die will drei vier fünf so die wollen auch alle nur Emeralds haben das ist gut, da kann ich Kohle gegen Emeralds tauschen du läufst jetzt nicht runter ich sag's jetzt schon mal weh einer von euch läuft ja runter ich glaub springen können die ja nicht ist das aber ernst das ist die Mischung sind immer unter sind die Bildung muss die Kirche für ein paar vor diesem eigenen Leben retten das nächste die Kuhlieder am besten drin die können weg noch verdammt das ist auch wenn nicht die Lederpflanze oder so der Brot ist schön ach ist das kacke jetzt das ist ehrlich kacke muss ganz ehrlich sagen die Lederpflanze